8. Oktober, 4 Jahre Multimodal-Radio-Show. Wir feiern am Elephant Club, als Headliner ist Hijack aus England geplant. Ein sehr, sehr guter Act, leide ich herzlich zu einem. Daneben natürlich Buddy Mai, Ike Dusk und Disco Nerd. Ja, DJ Mai, DJ Mai, ja. Ich weiß Bescheid. Okay, Leute, jetzt ein schöner, schöner Track. Irgendwie habe ich mich jetzt in so einen Flow reingespielt und will gar nicht daraus. Ein schöner Break, wie ihr hört. La Frontera. Viel Spaß. 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 Moin Rhode Island. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020